Du hast einen neuen Partner. Fresh von der Academy. Nur 23. Warum mich? Bist du Wurst? Ja, ich bin Wurst. Ich bin 22 Jahre alt. Mein Lieblingsfarbe ist rot und mein Mutti kommt aus Schleswig-Holstein. Ja, ja, ist klar Wurst. Jetzt sind wir Partners. Ich heiße Brot, Detektiv Brot. Und er, er ist unser Subjekt. Er hat schwarze Haare, grüne Zähne, er hat große Hände und einen kleinen Kopf. Er lächelt nicht. Ich weiß nur. Er wohnt auf der Neuenstraße. Er arbeitet bei Circo K. Er wird morgens um 2 Uhr bei der IM Field sein. Das ist, wo wir gehen. So, was muss ich mitbringen? Ein Äpfel, Getränke… Wir können ein Picknick haben! Wenn du ihn siehst, sag es mir. Er sollte jede Minute hier sein. Okay. Kann ich die Zeitung reisen? Nein! Pass auf! Die Waschmaschine ist sehr billig. Warum ist das so billig? Das ist Wurruf! Was machst du? Pass auf! Wo ist unser Subjekt? Nein! Keine Ahnung. Aber die Waschmaschine ist sehr billig. Du musst sie kaufen. Ich will keine Waschmaschine kaufen. Ah! Es ist sehr billig! Ich muss sie kaufen. Ich werde sie anrufen. 4, 5, 1, 1, 4, 3, 1, 5. Rufst du nicht an! Bitte, 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 bitte! Hallo? Ja, hallo! Haben Sie eine Waschmaschine zu kaufen? Aha! Ja! Ja! Ja, okay! Warum ist sie so billig? Ist das kaputt? Ja! Okay! Oh! 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 Shoes! Und was ist das? Nix! Nix! Bitte! Wie spät ist es? Ah, ich habe kein Ohr, äh- Du kommst mir bekannt vor. Kenne ich dich? Äh, nein. Hm, arbeitest du in der Station zu... Welcher Station? Oh, oh. Ich habe ein Handy. Es ist halb drei. Danke. Tschüss. Tschüss. Sagtest du gerade Schuhs? Ja, Schuhs. Tschüss. 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 Gesundheit. Packest du ihn? Herr Schmerling, ich heiße Detective Brot. Wo? Wo bin ich? Sie werden mir alles erzählen. Wie bitte? Weißt du was? Spielen Sie keine Spiele mit mir, mein Herr. Wo ist sie? Sie? Wo ist die Gegenmittel? Ich weiß nicht. Sag mir, wo die Bombe ist. Gibt es eine Bombe? Wo waren Sie an der Nacht unter 23? Was? Was? Ach, wir haben keine Zeit davor. Spielst du spielen? Ich kann die Spiele spielen. Off it's your first. Off it's your first. Wo? Was war das? Das ist der? Oh, es ist, es ist, es ist, es ist, es tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Oh, es tut mir leid. Jetzt tut mir leid. Hallo, ich heiße Abbezieherwurst. Ich komme aus Schleswig-Holstein, meine Lieblingsfarbe ist rot und ich spiele in meiner Freizeit Fussball. Das ist alles, Officer Wurst. Tunst du einfach, was ich dich gelernt habe. Jetzt versuchen Sie. Es ist einfach. Was machst du? Nein, nein, nein. Ich mag einen Kaffee. Wurst, holst du mir einen Kaffee? Okay. Und Ihnen? Was machen Sie trinken? Wir haben Apfelsaft, Wasser, Orangensaft. Ich liebe Orangensaft. Oder Wasser, Tee, einen Kaffee. Burst! Einen Kaffee. Einen Teer. Danke. Wurst! Bring mir seine Unterlagen. Oh my god, es ist super hard, oh, es ist super loud, oh my god, oh. Ich habe meinen Rajen sofort, es tut mir leid. Okay, Beck, Beck, I've been seeing an intruder dog, choose, 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 choose. Oh, oh, vielleicht sollten wir ihn gehalten haben.